Hallöchen Leute hier ist Euler Sachse wieder da und wir zucken weiter mit dem Fallout 4 und ja mal sehen was passiert diesmal das muss er aufpassen weil hinten konnte auch sein paar Leute aber du hast ich wollte ihm nicht nachmachen ja ohne Kopf genau das nehme ich das nehme ich hast du was ja ich habe nicht viel Mooney gell viel Info huh gegrapt also das nehme ich das nehme ich und ich bin langsam ziemlich voll sehe ich jetzt nicht das ist so schade na komm diesmal wenn wir nach scheiße war glück gehabt unter mir gibt es das gut das ist nicht schlecht stück wohl gut seife ich weiß nicht was es ist aber ja passt schon also schon läuft ist nämlich auch zu garten aber sind hier ist schon das und hier nix dran elikmi bewegte ich einfach oh hallo ich schalte lieber aus Was geht das Schiff? Alter, ich denke, was ist jetzt los? Also jetzt muss ich sparsam sein, das brauche ich nicht mehr, momentan. Wow, 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 top, 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 oh, fuck, he is. Weg da, Schlüssel, okay, vielleicht, Zeller, Pisse, nehme ich nicht mit, jetzt. So, Leute, ich muss so kurz unterbrechen, weil ich muss so kurz machen. Alter, ich kann nicht raus, da, deswegen, okay. Aktivieren. Jetzt gibt's nichts für mich. Egal. Radio. Aktivist sollte schauen, ob jemand da ist, steht aber, ja, gut. Ja, nein, Waffen nehme ich nicht mit, nur ich nehme jetzt. Alter, mache ich mir keine Angst. Mein Gott. Ich denke, warte, man, wäre schüchtern auf mich? voll mit Panik komme ich schon. Ja. Gut. Nee, nee, nee. Nee, ich glaube nicht. Doch, ich habe Kreis gemacht. Oder? Doch. Irgendwie habe ich Kreis gemacht. Ah, toll. So, gehen wir da lang, so, so. Ich weiß nicht, aber ich habe Kreis gemacht. So, und jetzt hier. Gibt es hier irgendwo ein? Ja, hier. Ah, toll. Drei Schuss. Mein Schott ist weg. Gehen wir da lang? Vielleicht finden wir was. Ah, okay. Ich glaube, jetzt weniger. Das bin ja... Doch, haben wir was gefunden. Ehm, machen wir anders. Hallo? Oh. Oh. Tja, ich bin gut einfach. Tja, ich bin gut. Ich bin gut. Surprise. Nur einer? Also so einfach muss ich haben hier nicht, ach ne, ich trage jetzt zu viel wegen seiner Waffe. Waffe, genau, hier. Hm, okay, schmeiß ich das weg. Das schloss krieg ich nicht auf. Scheiße. Du musst irgendwie außerher rum gehen. Hä? Ah, der da, nehm ich. Korken? Ja nicht. Ne, das lass ich schon mehr. Oh, yes. Oh, yes. Oh, meine Präzision ist umschlagbar, so, mal sehen und da haben wir einen Button, aber das, ah, nicht drauf, guck, okay, das ist okay, komm irgendwie, hier hat er ja reingegangen, ja toll, hier ist ein Typ, was ist das, ist schwer, also nehmen wir, so, gehen wir weiter, eine, zwei und fertig, hier machen wir das auch, das nehmen wir, was ist das, wie scheiße, ja, ja, ich renne, okay, oh, das nehme ich auch mit, aber muss ich jetzt Wasser wegschmeißen, das ist die Laserpistol, machen wir jetzt zwei weg, also, jup. Schnauze, die Dinger haben ja auf den Arsch ge-, wollte ich mich verarschen, ihr habt mir gezeigt, wo ich bin, okay, gehen wir raus, komm, komm mal, bitte, so, äh, speichern wir, ja, weil ich ja nicht füllen, nicht nochmal, gehen, ich bin, 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 Schnauze, slipped mir rein und ich bin, criter, steck mir jetzt Ah, irgendwie was. Feuerlöscher. Ah, zu schwer. Scheiße. Ich glaube, hier sind die. Oh Gott. Der letzte, der Herr, der Herr, der Herr. Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr. Und? Oh Gott. Oh Gott. Okay. alter muss ich mir was rein stopfen sonst verrück ich gleich Alter wieso treffe ich ihn nicht Alter willst du mich verarschen Oh yes er war schon schwer So das nehme ich Juhu wahrscheinlich das habe ich gebraucht Hm Nehm ich Ah scheiße fass Okay das wird wahrscheinlich gebrauchen also Ähm Nö lass ich Mann ich will nur diese Ammunition Ah scheiß drauf auf unter die treppe ah da sehe ich ein ein wir kommen ja dann hier Und jetzt? Wer bist du? Meine, die tut's bezeichnet, K1 ab der 90, aber ich ziehe Jenny vor. Ja, ich bin eine Sünder, als du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Mama schicken, aber dass er nicht so schlecht findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt, weil dann haben mich viele Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Wenn du nach Vorreden bist du, bevor ich gehe. Und bevor du fragst, nein, ich brauche noch eine Weile bei dir. Ich weiß nicht, dass es nicht so schlecht ist. Ich bin selbst Schaffer, bin ich tot. Wir können uns wiederholen, unsere besseren Umständen. Ich hoffe dir. Okay. Nein. Ich hoffe, dass du hier bist. Okay, bitte weg. Tschüss. Tschüss, Sneak. Teleportation. Wow. Ich habe nicht gewusst, dass du kannst teleportieren, Nick. So. Ah. Die Tür sind da. Schwimmen wir kurz runter. Hm. Zu Bemi müssen wir ja diesmal gehen. Äh. 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 Jetzt gehen wir Karte und jetzt Mission Espo. Äh. 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 Ich bin hier. Komm, geh da lang. Oh, dann los geht. Etwa in der Schrappung. so die mehr rein meinst du es da kommt jetzt so leute ich werde sagen das was wir diese folgen wir sind und im nächsten video